Musik 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 In diesem Film werden wir einiges repetieren, was die Blenden anbelangt. Wir lernen die Mindestblende K, die Maximalblende K0 sowie K-Stern und Kf-Effektiv nochmals etwas besser kennen, machen einige Beispiele und werden erfahren, was der sogenannte Blenden Range ist. Wir haben nun zwei Arten des Rechnens kennengelernt. Die eine Art, ohne die Beugungsunschärfe zu berücksichtigen, und eine zweite Art, wo wir die Beugungsunschärfe mit in die Rechnung einbezogen haben. Wenn wir mit einem APS-C-Sensor fotografieren, bei Brennweite 20 mm und einer Blendenzahl von 8 in 1,50 m fokussierend, dann erhalten wir je nach Rechenart zwei unterschiedliche Schärfentiefen. Eine etwas weitere, weil wir die Beugung missachten, und eine etwas engere, weil die Beugung uns eben auch Schärfe raubt. Auf der blauen Seite haben wir einen Zerstreuungskreisdurchmesser in d nah und d fern von der Größe z0. Das Beugungsscheibchen kommt aber noch dazu, sodass der resultierende Unschärfekreis eigentlich verrät, dass wir gar nicht mehr wirklich Schärfe haben in d nah und d fern. Statt nun z0 noch enger zu wählen, könnten wir, um diese Schärfentiefe zu erreichen, und zwar tatsächlich eine Blendenzahl K-Stern wählen, also etwa statt Blendenzahl 8 die Blendenzahl 9. Dann kämen wir auf diese Schärfentiefe. Wir haben aber auch gelernt, wie groß die Schärfentiefe effektiv wird bei gegebenen Kameraeinstellungen, zum Beispiel eben mit Blende K gleich 8. d nah wird etwas weiter und d fern liegt hier etwas näher als hier. Die Schärfentiefe wird kleiner. Zugunsten aber einer tatsächlich empfundenen Schärfe, gemäss der Definition 92, sodass bei d nah Stern und d fern Stern der Zerstreuungskreis etwas kleiner wird als z0 und somit dem Beugungsscheibchen, das ja immer auch mitmischt, etwas Platz verschafft. Und insgesamt bilden Zerstreuung und Beugung dann eine Unschärfe von etwa z0-Dicke. Das heisst, wir empfinden hier in d nah und d fern tatsächlich noch eine knappe Schärfe. Das Formelwerk könnte uns etwas erschrecken, aber eigentlich ist es ganz einfach. 1 durch d nah bzw. d fern ist gleich 1 durch g plus minus 1 durch die hyperfokale Distanz, wobei diese so berechnet wird, immer. Mit dieser Rechnung kommen wir auf dieses d nah und auf dieses d fern. Wenn wir unser gewähltes k aber hier noch einsetzen und durch die Zahl der förderlichen Blende teilen, des Ergebnisses Quadrat von 1 wegzählen und die Wurzel davon ziehen und als Faktor noch zu 1 durch d h rechnen, dann erhalten wir bereits ein d nah bzw. fern Stern gemäss diesem gelben Bild da. Eine Schärfentiefe, bei welcher d nah und d fern tatsächlich noch in Schärfe empfunden werden. Möchten wir aber nicht diese, sondern tatsächlich diese Schärfentiefe, dann bräuchten wir einfach eine leicht geschlossenere Blende und dieses k gleich 8 könnten wir hier einsetzen und haben eine schöne Formel mit kf und kf effektiv drin, welche uns dann das nötige k-Stern liefert, mittels welcher wir tatsächlich diese Schärfentiefe erreichten. Oder wenn wir k-Stern einsetzen, möchten aber herkömmlich ohne diese eckige Klammer rechnen, dann können wir k-Stern auch zurückrechnen zu k mit dieser Formel hier. Und wenn wir wissen möchten, bis wohin wir die Blende schließen können, ohne dass eine Ebene z.B. d nah und d fern wieder unschärfer wird infolge der wachsenden Beugung, das heißt, wenn wir wissen wollen, wie wir z.B. d nah und d fern in höchstmögliche Schärfe legen können, dann können wir k0 einsetzen. Sie ist, wie auch immer, sehr einfach zu berechnen, diese Maximalblendenzahl. Zerstreuungskreis und Beugungsscheibchen sind immer nach diesen Formeln zu berechnen und gemäss unserem Modell der resultierende Unschärfekreis aus d gemäss dieser Formel. Wir können natürlich die Blende auch über k0 hinausschliessen, dann wächst die Beugung einfach stärker, als die Zerstreuung schrumpft. Und irgendwann haben wir wieder eine Z0-Unschärfe, einfach eine Beugungsdominante. Es gibt also quasi eine Mindestblende k-Stern mit einem zerstreuungsdominanten u aus d gleich z0 und quasi eine Maximal-k-Sternblende, ein k-Sternstrich, welche ebenfalls in d-Nah-Stern und d-Fernstern ein u aus d von gleich z0 liefert, allerdings Beugungsdominant. Und wie wir von dieser k-Stern-Mindest- zur k-Stern-Höchstblende kommen, hin und zurück, das ist mit dieser Formel hier beschrieben. Wenn wir hier also k-Stern und für ud gleich z0 einsetzen, dann liefert uns diese Formel ein k-Stern-Maximum. Und beide Blenden erzeugen an den Stellen d nah und d fern identische Unschärfen. Zum Beispiel haben wir k gleich 8 eingestellt, so wird ein k-Stern mit dieser Formel zugleich 20. Und beide Blenden erzeugen einen Unschärfekreis von 0,0215 mm. Setzten wir hier statt k gleich 8 eben k-Stern gleich ungefähr 9 ein, so wäre k-Sternstrich für beugungsdominante Unschärfe in den a und d fern fast gleich 18, auch wiederum dann mit einem Unschärfekreis von resultierenden 0,02 mm gleich z0. Und k-Stern im Quadrat plus k-Sternstrich im Quadrat gibt die förderliche Blende zum Quadrat. Dies also eine Zusammenfassung, wie wir eben ohne oder mit Berücksichtigung der Beugungsunschärfe rechnen können, inklusive der Formeln für die Umrechnungen von der einen in die andere Rechnungsart. Machen wir doch noch drei Beispiele zur Verdeutlichung. Mit einem APS-C-Sensor, 24, das sind immer Millimeter, ich habe da die Sorte weggelassen, dass es etwas einfacher wird. Und wir fokussieren in 2 m und möchten gerne in d-Stern gleich 4526 mm noch eine knappe Schärfe erzielen. Die Sterne meinen, wir möchten gerne die Beugungsunschärfe mit in die Rechnung hineinziehen. Die Mindestblende k noch ohne Stern ist einfach berechnet. fc² durch z0 mal 1 durch g minus 1 durch d und dies gibt etwa 8. Hier haben wir aber die Rechnung noch ohne die Beugung gemacht. Wollen wir die Beugung mit in die Rechnung ziehen, müssen wir dieses k hier einsetzen. Und wir erhalten mit kf effektiv ja gleich kf durch Wurzel 2 die Blende k-Stern gleich 9. Diese 9 hier in die Formel für den Zerstreuungskreisdurchmesser eingesetzt, erhalten wir für seinen Durchmesser gleich 0,0179 mm. Also etwas kleiner als z0. Dazu darf sich nun ja aber eben das Beugungsscheibchen gesellen. Gemäss dieser Formel so groß und in d wird tatsächlich so mit dieser Blende k-Stern der Unschärfekreisdurchmesser gemäss dieser Formel gleich genau z0 groß. Hier würden Sie herkömmlich also mit Blende 8 fotografieren und vielleicht etwas staunen, dass d doch gar nicht so richtig scharf geworden ist, mit der Vermutung z0 etwas verkleinern zu müssen. Aber besser bedient sind wir eben, wenn wir einfach die Beugung in die Rechnung nehmen, denn dann würden wir mit Blende 9 fotografieren und wären mit der Schärfe hier in D zufrieden. In einer zweiten Situation, APS-C-Sensor, Brennweite 40 mm in 3 m fokussierend, möchten wir in D 1 gleich 5 m noch Schärfe generieren. Welche Blende müssen wir verwenden? Und zwar die Beugungsunschärfe mit berücksichtigend. Gemäss wiederum dieser Formel kommen wir auf ein K für D gleich 5000 von 10,67. Diese Mindestblende mussten wir also berechnen. Und sie ist größer als Kf durch 2. Kf wäre ja etwa 20 und Kf halbe ist 10. Wenn Sie diese Zahl nun hier einzusetzen versuchen, werden Sie merken, dass Sie in der inneren Wurzeln scheitern. Der Taschenrechner meldet Error. Es sei denn, Sie hätten einen ganz guten Taschenrechner. Das heißt, wir können gar kein K-Stern mehr berechnen. Mit anderen Worten, selbst K0 würde nicht einmal mehr reichen, D1 in eine wenigstens akzeptable Schärfe zu legen. Wir schaffen also mit dieser Brennweite unsere gewünschte Schärfentiefe nicht. Entweder müssten wir nun unsere Aufnahmeart hier verändern, oder wir begnügen uns zum Beispiel mit einer Schärfe bis zu 4,80 m hin. Dann wird das Rechnen knapp möglich. Mit D gleich 4,800 hier eingesetzt, erhalten wir für die Mindestblende genau die Zahl 10. So würde D aber bei 4,80 m noch nicht scharf. Denn die Beugung bei Blende 10 ist doch schon ziemlich heftig. Die Mindestblende K gleich 10 hier eingesetzt, beschert uns ein K-Stern von gleich 14. K0 wäre hier K mal Kf die Wurzel, genau gleich, auch 14. Wir müssten hier also genau K0 einsetzen, die Blende für höchstmögliche Schärfe für eine defokussierte Ebene, um nur noch gerade knappe Schärfe erzielen zu können hier. Somit müssen wir Kf effektiv einsetzen. Das heißt, diese gewünschte Schärfentiefe bis zu 4,80 m hin ist ganz knapp noch erreichbar. Zd wird dann gleich groß wie Dw, Zerstreuung mischt also gleichermassen mit bei der Unschärfe wie die Beugung. Beide sind 0,0141 mm dick und der Unschärfekreis resultierend dann 0,02 mm gleich Z0. Wir wissen nun, dass wir mit Kf effektiv weiteste Schärfentiefe generieren können. Das heißt, bei einem APS-C-Sensor mit ungefähr Blende 14, genauer mit Kf durch Wurzel 2. Wenn uns also nur eine Brennweite gegeben ist und wir uns fragen, wie weit könnten wir nun überhaupt eine Schärfentiefe generieren, also mit dieser Blende Kf effektiv, dann kommen wir mit dieser Frage zu meinem dritten Beispiel. Haben wir etwa Brennweite 23 mm APS-C-Sensor und wir setzen die Blende für weitestmögliche Schärfentiefe Kf effektiv ein, dann fragen wir uns, wie weit können wir eine Schärfentiefe überhaupt generieren. Was ist die maximal mögliche Schärfentiefe? Maximal wird sie, wenn wir D fern Stern, also inklusive der Beugung, gleich unendlich setzen. Und gemäss dieser Formel hier erhalten wir dann für dieses Beispiel 1 durch D fern, welches ja unendlich ist, gleich 1 durch G minus 1 durch die hyperfokale Distanz, mal eben diese Wurzel mit K durch Kf im Quadrat und unser K ist nun ja Kf effektiv. Die Blende für weitestmögliche Schärfentiefe. Nun gibt diese Seite 1 durch unendlich aber 0, so dass uns bleibt 1 durch G ist gleich 1 durch dh mal diese Wurzel. Und was ist nun dh in unserem Fall? dh ist fc² durch K mal z0 und unser K ist ja Kf effektiv. Dies gibt also für dh 1870,3 mm. Wenn wir dieses dh nun hier einsetzen, so erhalten wir für g genau 2645 mm. Und dh Stern ist natürlich g halbe. Wir haben im Unendlichen immer dieselbe Schärfe wie bei g halbe. Also wird dh Stern Minimum 1322,5 mm. Wir können also unter Verwendung dieser Brennweite mit einem APS-C Sensor keine weitere Schärfentiefe generieren als etwa von 1,32 m weg bis ins Unendliche. zd nach dieser Formel gibt gleich dw nach dieser Formel 0,0141 mm und der Unschärfekreis wird zu z0. Und zwar sowohl bei d r Stern im Unendlichen als auch bei d Na Stern Minimum. Allgemein ist ein g Minimum, wenn wir denn im Hintergrund noch Schärfe haben wollen, gleich dh mal Wurzel 2 oder 2 mal fc² durch die förderliche Blende mal z0. Und wollen wir bis in den hintersten Hintergrund noch wenigstens knappe Schärfe erzielen, so schaffen wir es selbst mit der besten Blende nicht, eine Schärfe vor d Na Stern Minimum zu erzielen, welches bei fc² durch kf mal z0 liegt. So, dies alles zur etwas weiterführenden Repetition. Sie sehen, was man da alles berechnen kann. Und wir sind ja noch lange nicht am Ende. Ich möchte Ihnen in diesem Video zeigen, welche Blendenzahlen wir eigentlich einstellen können, wenn wir ein k einmal berechnet haben. Sagen wir, wir haben irgendeine Situation, z.B. ein gegebenes fc, einen gegebenen Sensor, wir fokussieren irgendwo ganz bestimmt und wir möchten irgendwo noch eine gewisse Schärfe erzielen und berechnen daraus ganz einfach die Mindestblende k. Wir wissen aber, dass diese Blende eigentlich noch gar nicht genügt. Welche Blende müssten wir dann mindestens einstellen und welche Blende eben höchstens, so dass uns eine defokussierte Ebene in wenigstens noch knapp akzeptabler Schärfe erscheint. Dem gehen wir nun nach. Wenn wir eine Mindestblende k berechnen, dann liegen wir hier. Wir haben nur die Zerstreuung beachtet und sind allein mit dem Zerstreuungskreis an eine Grenze gekommen, nämlich zur Augengrenze. Weil aber Beugung immer mitmischt, wäre dieser Punkt eigentlich nicht da, sondern hier. Er ist in Richtung Beugung gewandert. Somit liegt er unschärfemässig über der Augengrenze und wir müssen K-Stern finden. D.h. wir schliessen die Blende etwas, und zwar über dieses Ziel hinaus, damit die nochmals dazukommende Beugung wiederum Platz findet. Und dieser grüne Punkt ist nun nicht mehr K, sondern eben K-Stern. Wir können die Blende nun aber auch noch mehr schliessen. Dann schwindet die Zerstreuung und es kommt etwas Beugung noch dazu. Und irgendwann sind wir am Punkt, wo Zerstreuung gleich schlimm ist wie die Beugung. Genau hier beim gelben Unschärfepunkt, tiefst unter der Augengrenze finden wir die Aufnahme mit der Blendenzahl K0. Wenn wir die Blende über K0 hinausschliessen, dann nimmt die Zerstreuungsunschärfe eben weniger ab, als die Beugungsunschärfe zunimmt. Also es wächst die Beugung stärker, als die Zerstreuung schrumpft. D.h. diese defokussierte Bildstelle wird wieder unschärfer. Und zwar so schlimm, bis die Beugungsunschärfe dermassen stärker angewachsen ist, als die Zerstreuungsunschärfe schrumpfte, dass wir diesmal beugungsdominant wiederum nur eine knappe Schärfe vorfinden. Wir tauchen also wieder bei der Augengrenzebene auf. Wenn wir die Blende noch mehr schliessen, dann wird eine defokussierte Bildstelle wieder unscharf. Dieser rote Punkt wurde nämlich mit KF der förderlichen Blende aufgenommen. Die förderliche Blende, die oft so berechnet wird, für knappe Schärfe nur schon in G ohne Zerstreuung. Aber weil die Ebene ja defokussiert ist, erfährt dieser Punkt ja auch Zerstreuung. Und nun ist ganz einfach die Frage, wenn wir eine defokussierte Bildstelle wenigstens knappscharf haben wollen, welche Blende dürften wir dann hier einstellen? K reicht nicht, KF ist zugeschlossen. Wir können nur Blenden von hier bis hier einsetzen. Auf diesem Weg sehen wir die defokussierte Ebene Zerstreuungsdominant knappscharf, dann immer schärfer, hier maximal möglich scharf, dann wieder immer unschärfer, unschärfer und hier Beugungsdominant wieder nur knappscharf. Das heißt, für diese defokussierte Bildstelle zeigt sich von hier bis hier der Blenden Range. Das heißt, mögliche Blenden von hier bis hier, die wir einstellen können, um diese defokussierte Ebene in wenigstens akzeptable Schärfe legen zu können. Haben wir an einer unschärfe Ebene den Wunsch, noch wenigstens in knapper Schärfe zu erscheinen, welche sehr weit weg liegt oder sehr nahe an der Kamera, so kann es sein, dass nur noch gerade K0 genügend ist, um diese defokussierte Ebene in wenigstens knappe Schärfe legen zu können. Nun, diese Punkte stammen aus einer unschärfe Ebene D, welche als Grenzebene einer weitestmöglichen Schärfentiefe fungiert. Nur noch K0 reicht gerade knapp, um diese Ebene in knappe Schärfe zu legen. Dies ist also eine Ebene, bei welcher wir Blende 14 bräuchten bei einem APS-C-Sensor oder allgemein KF-effektiv. Wollten wir die Schärfentiefe noch erweitern, über diese Situation hinaus, dann würde nicht einmal mehr K0 reichen, um diese Grenzebene der Schärfentiefe in wenigstens akzeptable Schärfe legen zu können. Keine einzige Blende schaffte es mehr, diese defokussierte Ebene in Schärfe legen zu können. Dies geschieht denn etwa sehr schnell, wenn wir eine lange Brennweite wählen. Denn K ist ja FC² durch irgendwas mal irgendwas. Die Blendenzahl verändert sich also mit der Brennweite zum Quadrat. Da sind wir sehr schnell in einer solchen Situation. Daher erwarten Sie nicht weite Schärfentiefen, wenn Sie mit langen Brennweiten fotografieren. Hier sehen Sie noch die K0-Linie. Dies ist quasi die Furche dieser Hängematte hier. Und von all diesen möglichen Kurven ist dies jeweils immer der tiefste Punkt auf der Hängematte. Wir werden nun diesen Blendenrange berechnen lernen, inklusive dieser speziellen Situation. Und auch das werden wir sehen. Welche Blendenzahlen können wir einstellen, wenn überhaupt, um eine unschärfe Ebene in wenigstens knappe Schärfe legen zu können. Das hier ist nun das Thema. Der Blendenrange. Aus einer Aufgabe sollen wir eine Mindestblende von K gleich 8 berechnet haben. Und zwar gemäss dieser einfachen Formel. Nun, K-Wahl, wie wir sie einsetzen, könnte nun tatsächlich 8 sein. Und nun zeige ich Ihnen hier eine Grafik. Und zwar habe ich bei der X-Achse hier K die Mindestblende abgetragen. Also dieses K gemäss dieser Formel. Und nach oben hin K-Wahl. Mit der Frage, wenn wir ein K ausgerechnet haben, welche Blende sollen wir dann wählen konkret? Der Vorschlag, dass wir dieses K selber wählen, das wäre dann diese Linie hier. Die K-Linie. Hätten wir also etwa Blende 8 berechnet, würden wir gemäss dieser schwarzen Linie auch Blende 8 wählen. Wir wissen nun aber, dass die Mindestblende K eigentlich gar nicht genügt. Da wählten wir nämlich nun diesen blauen Punkt. Hier haben wir diese K-Sternlinie, die grüne. Wir müssten die Blende also bis zur grünen Linie hinschliessen. Das wäre etwa Blende 9. Dann sind wir nicht mehr hier, sondern eben bei diesem Punkt. Die rote Linie ist die K-Null-Linie. Wenn wir also Blende 8 berechnet haben und schliessen dann die Blende über K-Stern hinaus bis zu K-Null, dann hätten wir diesen gelben Punkt gewählt. K-Null. Wir können die Blende aber auch noch mehr schliessen bis hier hin. Dies ist dann vielleicht so etwas wie K-Stern Plus. Wo wir also beugungsdominant wiederum nur eine knappe Schärfe erzielen. Und wenn wir die Blende über K-Stern Plus hinaus schliessen, bis zu K-F hin, das ist die förderliche Blendelinie, dann schiessen wir wieder gänzlich übers Ziel hinaus und gelangen wiederum zu diesem roten Punkt hier. Und die Frage ist nun, welche Blenden können wir einsetzen von hier bis hier, also von da bis dahin, um eine defokussierte Ebene in eine wenigstens knappe oder auch eine bessere Schärfe legen zu können. Wenn wir also K selber wählten, dieser Strich hier, Blende 8 berechnet, Blende 8 eingesetzt, so liegen wir im roten Bereich, denn in D-Nah und Fern ist allein der Zerstreuungskreis schon gleich Z-Null groß. Kommt noch die Beugung dazu, was D-Nah und D-Fern eigentlich unscharf macht. Das heisst, der Unschärfekreis wird grösser als Z-Null. Wir haben eigentlich die Schärfentiefe gar nicht erreicht. Wählen wir hingegen statt K eben K-Stern und zwar gemäss dieser Formel hier, wir setzen dieses K einfach hier ein und erhalten diese Größe, so macht der Zerstreuungskreis, der etwas kleiner wird dadurch, der Beugung etwas Platz und zwar mit K-Stern genau so viel, dass der Unschärfekreis in D-Nah und D-Fern, also mit Zerstreuung und Beugung zusammen, exakt Z-Null groß wird. Mit dieser Blende K-Stern haben wir also die knappe Schärfe in D-Nah bzw. D-Fern erreicht. Wählen wir eine noch höhere, also geschlossenere Blende, so gelangen wir irgendwann zu K-Null. Mit K-Null legen wir die Grenzebenen einer Schärfentiefe oder einfach sonst eine beliebig defokussierte Ebene in bestmögliche Schärfe. U aus D wird dann minimal und dies gemäss diesen Formeln hier. Wenn wir nun die Blende über K-Null hinaus schliessen, dann müssen wir wissen, dass wir keine einzige Bildstelle innerhalb des Schärferaums noch schärfer machen könnten oder deutlicher formuliert, jeder Punkt innerhalb des Schärferaums wird nur noch unschärfer, wenn wir das tun. Das bedeutet, eine Blende über K-Null hinaus zu schliessen, macht für die ganze Schärfentiefe schärfemäßig keinen Sinn mehr. Dennoch kann es eine Schärfentiefe noch etwas vergrößern oder eben Vorder- und Hintergrund noch etwas in höhere Schärfe legen. Die Grenze aber liegt bei K-Stern Plus. Denn mit K-Stern Plus machen wir beugungsdominant eine defokussierte Ebene wiederum nur knappscharf. Der Unschärfekreis aus D-A bzw. D-Fern wird dann wiederum gleich Z-Null groß. Einfach vor lauter Beugung und nicht mehr vor lauter Zerstreuung. K-Stern Plus ist sehr einfach zu berechnen. Wir wählen hier statt ein Minus einfach ein Plus. So haben wir also mit hier einem Minus die eigentliche Mindestblende für knappe Schärfe in D-A und D-Fern und mit dem Plus haben wir wiederum ein knappes Erreichen der Schärfentiefe, allerdings beugungsdominant. Und wir kommen auf diesem Weg bei K-Null vorbei, bei jener Blendenzahl, mittels welcher wir eine defokussierte Ebene in höchstmögliche Schärfe legen. Weil damit ein Zerstreuungsbeugungsunschärfe-Optimum herrscht. Übersteigen wir nun aber selbst K-Stern Plus, schliessen die Blende also über diese hinaus, etwa bis zur förderlichen Blende hin, dann liegen wir wieder im roten Bereich. Das heisst, der Unschärfekreis in G sogar liegt dann bei Z-Null, allein infolge der Beugung und in der Unschärfeebene wird der Unschärfekreis dann eben größer als Z-Null. Wir haben also zum Beispiel etwa eine Schärfentiefe gar nicht mehr erreicht. Und das ganze Bild wird mit Kf etwas unscharf. Der Blendenrange liegt nun also zwischen K-Stern Minus und K-Stern Plus. Wir können also Blenden von hier bis hier wählen. Von da bis da. Wobei es für die Schärfentiefe, für den Schärferaum selber, keinen Sinn macht, K-Null zu übersteigen. Für die Schärfentiefe selbst also ist eigentlich der Blendenrange von hier bis hier. Von K-Stern Minus bis hin zu K-Null. Mit K-Stern Minus haben wir die Schärfentiefe-Grenzebenen in knappe Schärfe gelegt, die Schärfentiefe also gerade knapp noch erreicht. Und was über K-Null liegt, macht alle Punkte im Schärferaum schärfemässig nur noch schlechter. Nehmen wir diese Formel nun einmal etwas hier hinüber und schauen uns diesen Bereich noch etwas genauer an. Da sehen Sie berechnete Blende 8, Mindestblende. Wir würden hier die berechnete Mindestblende benutzen. Da ist K-Stern Minus, da ist K-Null und K-Stern Plus und die förderliche Blende. Hier ist der Blendenrange und von hier bis hier sind sinnvolle Blendenzahlen für einen Schärferaum. Aber was mich hier nun sehr interessiert, ist diese Stelle da. Wenn wir bei einem APS-C-Sensor die Mindestblende K gleich 10 berechnen mussten für irgendeinen Schärfentiefe-Wunsch, so wird der Blendenrange arg eng. Er geht ja immer von der unteren zur oberen grünen Linie. Aber hier haben wir ja gar keine untere und obere grüne Linie mehr, sondern nur noch eigentlich eine einzige Möglichkeit, grün zu wählen. Der Blendenrange wird eigentlich zu einem Blendenpunkt, zu einer einzigen Möglichkeit, überhaupt die Schärfentiefe noch erreichen zu können. Darüber hätten wir zu viel Beugung und darunter zu viel Zerstreuung. K beschert uns ja allein durch die Zerstreuung eine nur noch knappe Schärfe. Das wäre dieser Punkt bei unserer sehr speziellen Stelle hier. Und Kf, dieser Punkt da oben, bei dem beschert uns allein die Beugung eine nur noch knappe Schärfe im Bild. Wenn wir nun K eine Blendenstufe nach oben schieben, also schliessen, dann wird Zd ja gemäss der Formel für Zd gleich Z0 durch Wurzel 2 dick. Und öffnen wir die förderliche Blende da oben um eine Blendenstufe, dann wird gemäss der Formel für das Beugungsscheibchen das Beugungsscheibchen nach seiner Wirkung gleich Z0 durch Wurzel 2 gross. Wenn wir nun ein K von 10 berechnet haben und diese Blende um eine Blendenstufe schliessen, kommen wir zur Blende 14. Wenn wir aber, wir reden von einem APS-C-Sensor, die förderliche Blende von ungefähr gleich 20 eine Blendenstufe öffnen, kommen wir auch zu dieser Blende 14. Wir treffen uns dann bei K gleich 10 und Kf gleich 20 quasi in der Mitte mit einem Zd gleich Dw gleich Z0 durch Wurzel 2 mit einem Unschärfekreis U aus D von gleich Wurzel aus Z0 durch Wurzel 2 im Quadrat und dies zweimal, also letzten Endes von gleich Z0. Wir erreichen also nur noch genau in der Mitte, was wir hier auch sehen, in der Mitte von K und Kf, eine knappe Schärfe für die defokussierte Stelle von Z0. Und in diesem Fall ist das ja auch nichts anderes als K0, die Wurzel aus K mal Kf. Das heißt, errechnen wir ein K gleich Kf halber, also bei APS-C-Sensor die Blendenzahl 10, so reicht nur noch K0, um D-Delta zu erreichen. Es reicht nur noch diese Blende, nichts Offeneres und nichts Geschlosseneres. Müssen wir eine Mindestblende berechnen, die größer ist als Kf halber, reicht er ja nicht einmal mehr K0 aus, um D-Delta zu erreichen, das heißt, die Schärfentiefe zu erreichen wird unmöglich. Oder ebenso, der Blendenrange bei K gleich Kf halber ist kein Range mehr, sondern nur noch dieser Punkt, nämlich Kf effektiv, also Kf durch Wurzel 2. Haben wir also Mindestblende Kf halber berechnen müssen, so reicht nur noch Kf effektiv, gleich etwa Kf durch Wurzel 2 oder etwa Sensor-Diagonale halber. Beim APS-C Sensor etwa Blende 14, um die Schärfentiefe effektiv inklusive der Beugung noch erreichen zu können. Kf effektiv ist also die Blende für maximale Schärfentiefe und liegt bei ungefähr 700 mal Z0 vom Betrag her. Müssen wir also für einen Schärfentiefe-Wunsch die Mindestblende K gleich Kf halber errechnen, so dürfen wir der Beugung wegen höchstens eine Blende von Kf durch Wurzel 2 wählen und der Zerstreuung wegen müssen wir mindestens die Blende K mal Wurzel 2 wählen. K mal Wurzel 2 ist aber ja Kf durch Wurzel 2, weil in unserem Fall ja K gleich Kf halber ist. Somit haben wir quasi einen Blenden-Range von gleich 0, also nur noch eine einzige Möglichkeit, eine Blende zu wählen, die eine offenbar so riesige Schärfentiefe noch schafft, nämlich K-Wal gleich Kf durch Wurzel 2 und dies ist eben Kf effektiv. Kf effektiv ist ergo definitiv jene Blende, welche die grösste Schärfentiefe schafft. Noch mehr Schärfentiefe ist der Physik schlicht unmöglich. Somit haben wir definitiv die Blende für weiteste Schärfentiefe gefunden. Beim APS-C-Sensor also ungefähr die Blende 14 oder allgemein Blende 21 durch Crop-Faktor, circa Sensor-Diagonale durch 2. Und müssten wir eine Blende berechnen über Kf halber, zum Beispiel Blende 12, so sehen wir, dass K-Wal gar keine grüne Stelle mehr hat. Wir können eine Schärfentiefe dann eigentlich gar nicht mehr erreichen, gemäss unseres Schärfeeindrucks. Und was können wir sonst noch aus dieser Grafik lesen? Alles unter der K0-Linie ist zerstreuungsdominant. Wenn wir also Blenden unter K0 wählen, erfahren Bildstellen mehr Zerstreuung als Beugung. Ergo ist jede Blendenwahl über der K0-Linie eben beugungsdominant. DW wird dann eben größer als Z, DNA oder Dfern zum Beispiel, und zwar gemessen in der Unschärfeebene selber. Das rote Feld gehört also der Berücksichtigung der Beugungsunschärfe wegen nicht mehr zum Blendenrange. Diese Blenden hier sollte man besser eben nicht einstellen. Eine Mindestblende von K größer als Kf halbe zu berechnen, bedeutet ein Nicht-Erreichen von D-Delta, wenn wir denn die Beugung nicht außer Acht lassen wollen. Eine Maximalblende K0 größer als Kf durch Wurzel 2 berechnen zu müssen, das wäre dieser Punkt hier, signalisiert ebenfalls ein Nicht-Erreichen von D-Delta. K0 sollte also nie größer werden als Kf effektiv. Sonst haben wir für die defokussierte Stelle zwar eine höchstmögliche Schärfe, die uns aber immer noch als unscharf erscheint. K0 Maximum gleich Kf durch Wurzel 2 beziehungsweise K Maximum gleich Kf durch 2 beschreiben ergo Grenzwerte für die Blendenzahl mit der förderlichen Blende Kf gleich 750 mal Z0 durch W. Dann dieses rote Feldchen hier unten links will die aberrationsunschärfe Vermeidung darstellen. Wir müssen einfach aufpassen, wenn wir sehr offene Blenden verwenden, bei den meisten Objektiven herrscht dann die Gefahr von Aberrationsunschärfen. Blendenzahlen über K0 zu wählen, macht nur dann einen Sinn, wenn wir den Hinter- oder Vordergrund schärfen wollen. Die Blende über K0 hinauszuschliessen, ist nie sinnvoll für die Schärfentiefe selber, für Punkte innerhalb des Schärferaums. K, die Mindestblende, reicht eigentlich nie infolge der immer dazukommenden Beugungsunschärfe. Sie gilt demzufolge als extrem knappe Blendenzahl für D-Delta, eigentlich als eine ungenügende Blendenzahl. Das rote Feld wirkt hier ziemlich groß, wie wenn sehr viele Blenden eben verboten wären einzustellen. Dies aber eigentlich nur, weil wir K hier nicht logarithmisch dargestellt haben. Ich möchte Ihnen dies anhand dieser Grafik noch zeigen. Hier ist K und K-Stern, K0 und K-Stern-Plus und Kf so dargestellt wie vorhin. Die rote Fläche wirkt fast gleich groß wie die grüne, also das Verhältnis von ungünstigen zu günstigen Blendenzahlen ist hier ziemlich groß. Eigentlich müssten wir diese Achse aber logarithmisch darstellen, also 2, 4, 8, 16, 32 und hier auch. Denn so erleben wir ja eigentlich die Blendenzahlen auch. Und dann sehen, etwas realistischer dargestellt eben eigentlich, die Flächenverhältnisse schon ganz anders aus. Hier sehen Sie, wir können fast alle Blendenzahlen einstellen und die rote Fläche für die für einen Unschärferraum ungünstigen Blendenzahlen wird da fast verschwindend klein. Und zu guter Letzt, Kf effektiv ungefähr Kf durch Wurzel 2 ist die Blendenzahl für maximal mögliche Schärfentiefe. Etwa Sensordiagonale durch 2, circa 700 mal Z0. Und bitte vergessen Sie nicht, dies ist nur ein heuristisches Modell, ziemlich schlau zwar, aber nichts Genaues. Wir verstehen viele Zusammenhänge, die ganze Rechnerei will aber dennoch als rudimentäre Abschätzung gelten. Aus diesem Modell werden wir noch viele Formeln ziehen. So etwa, wenn wir eine Kamera haben, 35 mm Brennweite, APS-C-Sensor, wir fokussieren in 1,50 m und fotografieren mit K-Stern gleich 14, das heisst mit Kf effektiv für weiteste Schärfentiefe, so erhalten wir für D nah und D fern, Sie wissen nun, wie man das berechnen kann, diese Zahlen und für D-Delta diese Zahl. Unter Verwendung dieser speziellen Blende hier für eine maximale Schärfentiefe können wir D-Delta Maximum mit dieser Formel hier abschätzen. Tippen Sie dies ein für die hyperfokale Distanz und setzen Sie D-H hier dann ein und berechnen Sie, wie weit eine Schärfentiefe maximal werden kann. Und was werden wir im nächsten Video erleben? Haben wir die Blende K berechnet, so wissen wir nun, welche Blenden D-Delta schaffen bzw. eine defokussierte Ebene D, zum Beispiel ja D nah oder D fern, in Schärfe zu legen vermögen, nämlich sämtliche Blenden im Blendenrange gemäss dieser Formel 207. Wir müssen nämlich mindestens die Blende K-Stern Minus einstellen, können aber auch K0 einstellen für höchste Schärfe in DNA und D fern und sollten aber höchstens K-Stern Plus einstellen, damit wir die Schärfentiefe überhaupt noch erreichen. Beim Minus ist die Zerstreuung ziemlich groß und beim Plus eben die Beugung. Und wählen wir K gleich Kf halbe, so ergibt die innere Wurzel gleich 0 und die äussere Wurzel, ob wir nun Plus oder Minus 0 rechnen, gleich 1. Unter der Verwendung von K gleich Kf halbe bleibt uns also nur noch Kf effektiv, die Blende für weiteste Schärfentiefe, um unseren Schärfentiefe-Wunsch überhaupt noch erfüllen zu können. Und zwar das auch nur noch knapp. Wählen wir K-Wahl kleiner K0, dann fotografieren wir D Zerstreuungsdominant und setzen wir ein K größer K0 ein, so lichten wir D Beugungsdominant ab. Nun, diese Formel ist ja nett und recht und sie birgt auch noch ein sehr großes Geheimnis in sich, welches ich Ihnen wesentlich später im Notizbuch noch verraten werde. Allerdings ist dies so eigentlich für die Praxis eine noch ziemlich unmögliche Rechnerei. Wir möchten diese Rechnung doch nicht immer in den Taschenrechner tippen im Fotoalltag. Im nächsten Video geht es genau darum, wie machen wir nun diese Erkenntnis eben Foto-Praxis-Alltagstauglich. Wir werden ein Rezept kennenlernen, das uns den Fotoalltag extrem erleichtern wird. Und Sie werden sehen, dass diese Rechnerei überhaupt nicht sinnlos ist, denn das Rezept wird sehr, sehr einfach und wir werden Schärfentiefen erreichen und zwar tatsächlich die Beugungsunschärfe in unseren Bildern mit einbezogen. Und ein letzter Gedanke, die innere Wurzel, die kann ja nur Werte von 0 bis 1 erreichen. 1 minus irgendetwas wird nie grösser als 1, das heißt, diese Aussage muss stimmen. Die äußere Wurzel kann also nur Werte von 0 bis Wurzel 2 annehmen. Das heißt, der Wert für k-Stern-Plus und Minus kann nur Werte von 0 bis kf erreichen. Und so wenig Sinn eine Blende k gleich 0 macht, in etwa genauso wenig verwende ich je die Blende kf. Und darunter und darüber zu rechnen, ist ja ohnehin jenseits jeder Logik. Bis bald im nächsten Film. Alles Gute!